Also ich bekomme gerade über Funk rein, deinen Kollegen geht es nicht besser. Bitte leg dich hin. Ich könnte das vertragen. Wunderbar, ich mache erstmal einen Sono. Das Glück bin ich ja direkt hinterher gefahren. Was? Sono ist nur Ultraschall. Ich gucke, ob der Rest da auch aus hier draußen ist, mein Freund. So. Mal angucken. Oh, da sieht gar nicht gut aus. Da steckt noch mehr Altmetall in dir drin. Noch mehr. Ich, ich, ich hole einen Magneten. Das kriegen wir raus. Das tut nur weh. Fortschlüssel. So, bitte mal stillhalten. Das könnte jetzt auch ein bisschen blutig werden und spritzen. 3, 2, 1 und da. Wunderbar, da haben wir es geschafft. So, da sollte erstmal alle sein. Moment, ich, 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 ich kann die Wunde sofort schließen oder ich mache einen Verband. Das können sie sich aussuchen. Nein, das ist besser. Ja, ich würde es vorstellen, bevor sie mir hier gleich ausbluten, mache ich die Wunde direkt zu, ne? Ich hole, ich hole eben das Feuereisen. Und ja, das muss so aussehen wie ein Hufeisen. Das könnte jetzt etwas wehtun und stinken. Aber keine Sorge, das ist nur ihr Fleisch, was gerade verbrennt. Und zusammenbeißen die Zähne. Wunderprächtig, sieht ja schon mal gut aus. So. Bitte sehr, da haben Sie noch eine Tablette gegen die Schmerzen. Die werden Sie brauchen. Ich habe aber nur noch eine. Wunderprächtig, dann können Sie aufstehen, Sie sind fertig behandelt. Hopp, hopp, wir haben noch mehr Patienten. So, Sie sind Privatpatient, war das richtig? Ja. Sekunde, ich gucke da mal in meine Pressliste. So, das macht 5.500 für die Tablette, 5.000 für die Behandlung und 3.500 für die Anfahrt. So viel? Jupp, macht 14.000, zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte. Karte. Karte, wunderbar. Ich bin nur dabei. Dann einmal unter die Unterschrift. Und dann dürfen Sie jetzt gehen. Sie sollten aber den Kontakt mit weiteren, sich schnell bewegenden Metallteilen meiden. Na, schnell. Wunderbar, dann dürfen Sie jetzt gehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und beehren Sie uns bald wieder.